Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bash Achievement Weekly Update Nummer 3 für die Woche vom 22. bis 28. September, Blödsinn, November, für die Woche vom 22. bis 28. November 2010. Die Releases für die kommende Woche, da haben wir Driver San Francisco. Ja, und das war's schon. Danke fürs Anschalten, bis zur nächsten Woche. Oh, nein, wir haben noch tatsächlich ein paar mehr. Keine großartig spannende Woche, die kommende, nachdem die letzten 3, 4, 5 Wochen und Monate uns regelmäßig das Geld aus der Tasche gezogen haben. Meint es diese Woche einmal gut mit uns und lässt uns einmal unsere Geldspeicher wieder neu auffüllen. Gehen wir einmal durch die Releases für die kommende Woche. Für den 25. das heißt der Donnerstag, da haben wir Dream Pinball 2, andersrum, Dream Pinball 3D 2, Alarm für Cobra 11, das Syndikat für jeden, der sich gerne wilde Massen, Crashs und Autobahnrasereien antun möchte. Und am Donnerstag PTC, World Champion, World Champion Darts Pro Tour. Ich weiß nicht, ob es großartig Spaß macht, Darts spielen auf der Xbox, kann ich mir wenig vorstellen. Und natürlich am Donnerstag dann der einzige Release dieser Woche eigentlich, den es sich richtig lohnt zu erwähnen. Drivers San Francisco, dann machen wir weiter mit dem Freitag. Da haben wir dabei Splatterhouse, My Gin and the Forsaken Kingdom, Megamind, Tron Evolution, Wintersports 2011. Die Wintersportsaison hat wieder begonnen. Diesen Mittwoch soll es zum ersten Mal schneiden. Das vielleicht einmal zu den News vorab, einmal zu den Wetter News. Und ein Kinect-Spiel, Zumba Fitness. Also wieder ein neues Fitnessspiel. Jede Menge Fitness- und Tanzspiele im Moment. Wir warten immer noch auf das erste ernstzunehmende Spiel für Kinect. Mal sehen, wann das denn rauskommt. Wir sind weiterhin gespannt. Kommen wir direkt zu den News. Und da sage ich einmal Happy Birthday an Microsoft, beziehungsweise an Windows. 25 Jahre alt ist es gestern geworden am Sonntag. 25 Jahre Microsoft Windows. Windows. Mittlerweile gab es 17 Versionen, glaube ich. Von Windows 1.0 bis zum heutigen Windows 7 mit allen NT- und Server-Varianten. Dann gibt es Neuigkeiten von Call of Duty Black Ops. Und zwar hat Treyarch da wieder einen Patch rausgebracht, der zumindest laut deren Aussage die Singleplayer- und Multiplayer-Performance verbessern soll. Tatsächlich berichten viele, viele Spieler, dass es die Probleme für Schlimm bessert. Das heißt, dass die Lags und Aussetzer noch größer geworden sind, seitdem der Patch draußen ist. Man darf gespannt sein, wann da der Neue kommt, der das denn wieder beheben soll. Und wann wir dann endlich das halbwegs funktionierende, flüssig ablaufende Call of Duty Black Ops auch online genießen dürfen. Dann gibt es Neuigkeiten zum Kinect-Sensor. Und zwar ist es einigen Tüftlern gelungen, den Kinect-Sensor auch an den Computer anzuschließen und die Bewegungssteuerung und so weiter auch am PC nutzen zu können. Dazu wurde jetzt ein Interview geführt mit dem Leiter der Firma, die den Kinect-Sensor herstellen. Alex Kipman ist sein Name. Und er sagte, dass es erbaufsichtig ist, dass die Verbindung der USB-Schutzstelle zur Xbox, dass die nicht verschlüsselt ist. Weiterhin hat er gesagt, dass niemand dafür Ärger bekommt, der seinen Kinect-Sensor an den PC anschließt und entsprechende Software installiert bzw. selber entwickelt, um die Funktion auch am PC nutzen zu können. Das heißt, da braucht niemand Angst zu haben, ob es tatsächlich irgendwann ein offizielles Update von Microsoft gibt, das die Funktion auch für den PC nutzbar macht. Dazu wurde nichts gesagt. Wer weiß, was Microsoft da noch vorhat. Achievement der Woche. Kommen wir zum Achievement der Woche. Da haben wir diese Woche einmal aus dem Spiel Need for Speed Hot Pursuit. Das Achievement offene Rechnung. Und zwar gibt das 25 Gamerscore. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist erstens mal einen Freund zu haben, der das Spiel auch hat. Und zweitens dann eine Zeit, die er vorgibt. Die werden ja immer automatisch im Autolog gespeichert. Eine Zeit zuschlagen von ihm. Die Zeit könnt ihr danach veröffentlichen und noch einen kleinen Text dabei schreiben. So ein bisschen Trash-Talk. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall wert, das auszuprobieren. So ein bisschen Konkurrenzkampf unter Freunden. Dann kommen wir zum Leck mich Achievement diese Woche. Dabei handelt es sich auch um ein Achievement in Hot Pursuit. Und zwar das Achievement Goldgräber. Für 100 Gamerscore. Und zwar müsst ihr für dieses Achievement in jedem Einzelspielerrennen die Goldmedaille bekommen. Das heißt, in jedem Spiel erster werden. Ich habe nach den ersten F-12-Rennen damit aufgegeben, weil es tatsächlich Rennen gibt, die einfach tierisch schwierig zu gewinnen sind. An jeden, der genug Geduld hat, sich dieses Stichwort anzutun. Respekt von meiner Stelle aus. Soviel zu dieser Folge Babu. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Auch wenn die großen Wochen der Spiele-Releases schon hinter uns liegen. Sicherlich finden wir genug Sachen, die es sich auch lohnt, nächstes Mal anzugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns. Schreibt Comments. Bewertet das Video mit gut. Und dann schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Reinkauen. Bewertet das Video mit gut.